100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% die beste Comedy für unser Land. Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde von TV Schwerin, MV1 und Antenne MV. Hier ist wieder euer Bauer Call. Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum ich hier von einem Platz zum anderen rüberrutsche. Ja, das ist ganz normal. Das ist wie mit der Biene und mit der Blüte. Die ist auch plötzlich mal hier und mal wieder da. Und worum geht es? Um genetische Vielfalt. Und diese Vielfalt, das ist ja etwas, was wir Menschen auch wollen. Deshalb wollen wir uns ja in verschiedene Konstellationen immer paaren. Und da gibt es ja heute die tollsten elektronischen Sachen. Speed-Dating und Dating-App und in Smartphone rein. Je nachdem, wo man wohnt und wo man noch Kontakt kriegen kann. Aber ich bin von diesem Prozess scheinbar total abgehängt. Also so weit weg, weil ich draußen bin. Und wir hier, wir haben ja gar keinen Interpret. Wir sind ja froh, wenn wir Telefon haben. Und deshalb will ich heute über das Fernsehen fragen. Ist da draußen in der Welt eventuell eine Frau, die sich für mir interessiert? Natürlich hatten wir früher auch schon Kontaktinstrumente. Wir hatten früher in meinem Dorf auch Speed-Dating. Ja, jedes Jahr beim Tanz in den Mai. Da nannte sich das aber Marschwalzer. Also, wenn da draußen eine Frau ist, die sich für mir interessiert, dann gebe ich dich jetzt meine Handynummer. 01735831382. Ich freue mich total und ruf mir an. Hau rin und pisch nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Kreuz, etwas anderer Wochenrückblick. 100% die beste Comedy für unser Land. 100% Mecklenburg-Vorpommern.